Willkommen zurück zu Rise of the Troombrader, Leute. Ja, da sind wir. Ich bin immer noch dabei, rauszubekommen, glaube ich, was ich hier überhaupt machen soll. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ach ja, das Gefäß. Das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ach ja, da war ja was. Ich wollte das mit diesen Gefäßtonnen hier hinkriegen irgendwie. Ich hole nochmal welche raus. So. Ja, kick die mal ab. Nee, so rum. So. Ich kann ja da oben kurz bleiben. Ach, die muss ja sogar hier oben sein, sonst kriegst du die ja gar nicht ran. Genau. So, jetzt muss sie runtergekickt werden. Sonst ist das total zwecklos. So, das holen wir auch nochmal rüber. Dann holen wir noch eine. Die bleibt aber bitte hier. Die machen wir dann da ran. Genau. So, jetzt habe ich es auf beiden Seiten. Komm. Schwebe. So. Wollen wir mal gucken. So. 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 Jetzt habe ich das Gefäß hier rüber geholt. Weg geht es. Ja. Das muss jetzt erstmal da hinschwimmen. Und bumms. Korrekt. War ja eigentlich gar nicht so schwer. Wo ich mich das letzte Mal ein bisschen schwere getan habe. Ja, das soll ja kein Problem sein. Ich kann noch eins holen. Soll das hier drüben dann aber oder woanders? Weil ist ja hier jetzt auch schön gut abgefackelt alles gerade. Das ist nochmal. Es brennt ja schon. Ich gehe mal ins Lager eben. So. Wir haben ja nochmal einen Fähigkeitspunkt hier. Den verteile ich mal, bevor ich es vergesse. Jäger muss noch wieder verbessert werden. Und dann mache ich doch gleich das vom letzten Mal hier. Bogen. Und. Dreifachschuss. Nee. Finesse. Tod von oben. Naturforscher. Nö. 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 Dann mache ich hier sowas mit Pistole. Genau. Bist du besser. Kannst du beides. Bogen und Pistole. Das ist doch toll. Und dann will ich sie auch umziehen. Ja, da habe ich Lust zu. Ich ziehe die mal wieder um hier. Sexy Lara. Ja, komm. Mach mal. Rüber. Hallo. So. Ich dussel. Mach hier mit RB. Ähm. Warte mal. Klamotten. So. Was haben wir denn da Schönes? Nachtschatten. Tarnkleidung aus verschiedenen exotischen Fällen. Ein einfacher Schall sorgt für Wärme. Können wir anziehen oder nicht? Wollen wir das mal? Wir lassen das mal an, oder? Sibirischer Waldtöner. Grünes, langärmliches Shirt. An das schon? Das können wir doch mal nehmen. Grünes, langärmliches Shirt. Eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung sowohl für Erkundung als auch Kämpfe. Ne? Hä? So. Können wir das nehmen? Ne, wir haben ja nicht genug Kosten wieder, ne? Oh Mann. Oh Mann. Ich hab nicht genug davon. Da muss ich was anderes anziehen. Verbliebenenjacke. Blaues Handley Shirt. Graues. Jägerin. Hatten wir aber auch schon eine Weile nicht an hier. Ja, das nehmen wir mal. Die Jägerin. Das haben wir schon lange nicht. Das gefällt mir. So. Wir sind ein bisschen anders hier. Die Gute. Noch ein Gefäß, noch ein Gefäß. Soll ich die jetzt da hinten wieder holen oder nicht? Oder wie oder was? Kann ich das überhaupt? Das sieht nämlich fast so aus. Als Wettergefäßemäßig. Jetzt könnte ich da gar nichts gerade mehr machen. Muss ich mal überprüfen. Macht sie das hier schon an? Warum? Oh, das ist gefährlich hier, oder? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, dann hol raus. Was geht, das geht, ne? Machen wir das auch nochmal da ran. Abgekickt. Abgekickt. Jetzt müsste es schon mal rüberkommen hier. Dieses blaue Feuer, das kann doch nicht ungefährlich sein hier. Trotzdem sind hier überall die Ratten. Wie kriege ich das denn jetzt aber da rum? Kann ich das hier so rumdrehen? Ja. Kann ich noch. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wie es scheint. Komm mal, noch ein Stück her. Genau. So, nicht da wegkullern. Und ab die Post. Jawohl. So. Nee, schnippel das mal ab hier wieder. Oh, kann ich nicht? Ich will doch noch ein Gefäß. Ist das jetzt irgendwie zu weit oben? Schneid das ab, Mädel. Das wird mir auch gar nicht angezeigt, ne? Ist das die falsche Gefäßart hier? Muss ich das von woanders holen? Oder noch viel weiter gehen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Bin dabei. Da leuchtet noch was. Oh, da habe ich noch was übersehen. Wie schön. Jawohl. Sehr gut. Eine fette Ratte. Die kriege ich immer, ne? Aber eigentlich treffe ich gar nicht richtig. Das wundert mich immer so ein bisschen. Naja. So viele Erfahrungspunkte kriege ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe schon zu viele Ratten gefangen. Ich muss das mal verstehen hier, wo... Aha. Wo soll es denn aber... Wo soll es denn aber brennen? Da geht es runter, ja? Und da hinten kann ich es nicht mehr abmachen? Oder irre ich mich? Jetzt irre ich hier doch wieder rum. Oh, Mist. Und die Dinger kann ich nicht... Naja. Immer so, ne? Dann brennt das. Aber da kriege ich jetzt so ein... Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ich muss das mal verstehen hier. Das da hinten zum Explodieren bringen will ich eigentlich auch nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Oder war noch was, was ich von dem Typen einsammeln kann? Ne, Pfeile. War das hier, wo ich vielleicht noch was machen kann? Bin ja hier noch nicht so oft gewesen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Ach was. Muni, Muni, Muni. Hier ist soweit nichts. Dann kann ich die Leiter hoch. Bringt mir das was? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Da waren ja nur diese Verstecke und Fallen und... Ja, hilft mir das bei meinem Gefäßproblem? Weiß ich nicht, ob mir das hier hilft. Hier, können wir die Tür mal... Bombs. Aufmachen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, und da rechts... ...soll es sein. Schön, jetzt bin ich irgendwie... ...zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Aha. Aber da brennt's schon. Das haben wir schon gemacht. Jetzt bin ich wieder... Mann. Aber hier könnten wir zumindest noch welche holen. Hm. Ich hab versucht, wieder so einen Kopfsprung hinzukriegen... ...aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Hey, geh doch mal da hin. So, hol mal das raus. Vielleicht ja von der Seite. Da hast du dein Gefäß. Und dann können wir das hier ranmachen, schnell. Das ist doch ne Idee. Genau. Jetzt haben wir... ...haben wir das schon mal? Ah, und dann... ...und dann geht das da hin, an die Seite. Pass auf. Yippie. Ja, okay. So, und jetzt... Genau. Da haben wir das Gefäß. Das geht jetzt da hin und dann... Boom. Haha. Ähm. Ach du Scheiße. Flucht aus den Haffin. Rennen sie in Sicherheit. Wir laufen dann mal, ne? What? Nein! Nein! Scheiße. Äh, wieso stirbt die denn da unten überhaupt? Weil man's halt so einfach nicht schaffen darf, wahrscheinlich. Oh Gott! Könnt ihr was? Verbessern sie auf Fähigkeiten. Hoch mit dir. Das bricht jetzt wieder runter. Wir springen. Dann muss ich hier schnell den Haken. Und rüber. Jawohl. Nein, nein, nein. Nein, nein. Doch, doch. Oh Gott. Geh weh. Wo lang? Rüber. Rüber. Nicht schnell, schnell. Oh Gott, nach oben. Oh shit, flucht aus dem Fähigkeiten ins Tal zurück. Oh Gott. Bäh. Scheiße. Erhalten. In Flammenpack. Im Marktplatz einlösbar. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara. Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Yeah, wir haben's geschafft. Coole Sache, Alter. Hier benutzt sie das Atemgerät irgendwie gar nicht. Warum nicht? Wie soll ich das hier überleben? Gar nicht? Du stirbst hier gleich? Du stirbst hier gleich? Wir sterben gleich? Oder benutzt sie das... Ich glaub, sie benutzt das Atemgerät schon nirgends. Also, es werden wir schon nirgends tot. Okay, wir sollen da lang. Ja. Aber wie komm ich da lang? Ging's da doch irgendwie durch? Hier. Ne? Ah, okay. Da lang. Schönes Ding. Toll, wir haben's geschafft. Mal hier umgucken. In der Höhle. Wie ihr Bogen sieht mit diesem Outfit auch so richtig Waldläufer-mäßig aus. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Wieder runter. Weiß nicht, ob da was ist. Ich guck nur in die Ecke, ob da was ist. Wann hier noch tiefer? Nein. Okay, geschafft. Hinter uns noch? Nein. Oh, Münzen. Schnell einsammeln. Das nehmen wir noch mit. Die Erfahrungspunkte natürlich auch. Was ist das? Ach so, da ist ein Versteck. Da ist irgendwo ein Versteck. Hier. Griechisch verbessert und Erfahrungspunkte. Sehr schön. Gewehr freigeschaltet. Kehren sie zum Ausrüssen ins Basislager zurück. Das freut uns natürlich. Habe ich damit jetzt das eingesammelt, was ich hier hinten gesehen habe? Das wird mir nämlich jetzt nicht mehr angezeigt. Okay, dann habe ich das eingesammelt. Und fronten. Was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jail Cop dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann es nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Jonah ist wieder da. Das ist ja cool. Hat mich schon gefragt, was mit dem jetzt eigentlich ist. So vom Anfang her. Jonah. Ganz cool eigentlich, dass der wieder dabei ist. Geothermales Tal sind wir wieder. Die zusammenkommen. Finden sie einen Weg durch die Berge zum Observatorium. Und endlich können wir auch mal wieder ein paar Rohstoffe uns besorgen. Und hier ist irgendwo ein Grab. Hallo? Lara. Gut, dass Sie noch bei uns sind. Wagner. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Ja. Ich vertraue euch auch. Wir, wir, wir wuppen das hier zusammen. Ihr und ich. Komme ich jetzt hier wo? Komme ich hier über Puch? Sie gerade, da ist sie da so herangestolpert. Kann ich hier auf den Felsen? Ja, ich komme hier nirgendwo hoch. Schade. So eine Kiste. Gehen wir auch noch mit. Vielleicht von der Seite da hinten. Ähm. Ähm. Ja. Nee. Eher nicht. Kannst du hier hoch springen? Nein. Eher nicht. Okay. Wie komme ich denn da hin? An den Ast? Okay. Aber ich komme da nicht hin. Das ist viel zu hoch. Ah. So. Okay. 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 Ist das ja auch der Hauptweg zurück, den wir gehen sollen? Nee. Vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Ach, was für eine schöne Musik. Wer flötet denn hier im Zauberwald? Ist das eine kleine Lara-Elfe? Habe ich jetzt das Nest runtergeworfen, weil... Ja, okay. Dann eben so. Nee, nicht schaden. Voll schön gerade. Irgendwie so idyllisch. Und jetzt springen wir von Stein zu Stein zu einem neuen Lager. Neues Basslager entdeckt. Kammlinie. Hä? Brenne. Warum geht das nicht? Das ist ja schön. Das sammeln wir natürlich alles ein hier. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Ne Zielscheibe noch. Yay. Hallo? Die gefälligst runter. Hatten wir die schon? Dann eben so. Und nochmal. Und nochmal. Weil es Spaß macht. Jetzt aber. Geht doch. Sieben von acht waren das. Oh, und dann kann man hier voll den Kopper runter machen. Das ist ja cool. Was machen die da unten? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe mal ans Lager erstmal. Und dann gehen wir im nächsten Part hier weiter. Oh, ich stand im Feuer. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Na klar, endlich mal ein alter Freund. Fähigkeiten verbessern wir. Ich könnte mir vorstellen... Ach ja, Kämpfer wäre auch ganz gut. Vielleicht machen wir mal. Oder? Wie wäre es mit Überlebender? Na, da müssen wir auch ein bisschen mal was noch tun. Napalmfall. Verbessern Sie Feuerfalle, um die Reichweite des Brandeinsatzes beim Einschlag zu vergrößern. Todeswolkenfall. Erhöhen Sie Größe und Dauer der Giftwolke, die durch Giftpfeile erzeugt wird. Streubombenfall. Verbessern Sie Granatenfalle, um beim Einschlag zusätzlich Sprenglade Veränderungen freizusetzen. Was hätten wir noch? Handwerksmal stellen Sie in Basel ein großvolumiges Munitions- und Ressourcentaschen her und ölen Sie die Menge. Leichenfallen, das mit den Leichen ist natürlich auch mal schon so oft jetzt. Abriss als per Fortschritt. Die Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten ein größeres... Ich mach mal hier mit den Feuerfallen oder... Ich mach mal das mit der Giftwolke. Mit dem Gift. Ich hab mal mitbekommen so, dass das ganz praktisch sein soll, auch mehr damit zur Arbeit mit Gift fallen, weil man so ein... Vom Radius her so viel damit ausmachen kann, gerade wenn so viele auf dem Haufen stehen. Und das finde ich immer auch ganz gut. Und dann haben wir hier natürlich unseren Bogen, den wir verbessern können. Und... Wat nicht alles. 63%. Technisch hochentwickelter Bogen. Magst du mal schnell, wie ich's holen? Ach ja, komm. Wir machen den Bogen mal besser. Welchen machen wir denn besser? Können wir nur den befinden? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Ich will den Bogen. Aber ich will nicht den. Ich will... Gene. So. Hier können wir Stabilisator. Der Stabilisator gleicht das Bogengewicht und die Abweichung nach dem Schuss aus und erlaubt so ein schnelleres, erneutes Spannen und Feuern. Anwendbar bei allen Compound-Bögen. So. Bitteschön. Der ist jetzt auch vergesucht. Ich habe ihn und bin bald da. Was? Was? Sie noch bis bald da? Ja. Wir schauen mal weiter hier mit dieser melodischen, schönen Tomb Raider Musik im nächsten Part, wie's weitergeht. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020